Buenos Dias, ja wer rostet, der rastet. Tatsächlich ist dem so, das ist der Trailer, mal wieder ein Trailer und aber die letzte Staffel, zumindest jetzt in der Beziehung, trotz Corona war ein Folgendes, darf nie vergessen werden. Teil 4 und letzter Teil, da nehme ich mich jetzt nochmal den Verbrechen der Alliierten, in dem Fall waren es ja die US-Amerikaner bezüglich der Rheinwiesenlager an, gehe nochmal ein bisschen auf den Schuldkult ein, der uns ja permanent immer wieder rezidivierend versucht wird überzustülpen. Und wer das dann schauen möchte im Hauptfilm, kann das gerne tun, und zwar bei VK, bei Bichu, die sich den Trailer bei Wacknews TV anschauen, bitte euch den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit und so kommt ihr zum Hauptfilm und dann würde ich sagen, dann hoffentlich doch, bis gleich, danke euch wieder mal und jo, tschaui!